Aber die erste Teilnehmerin ist die Nummer 10 von unserer Volleyballmannschaft. So, jetzt brauchen wir die Tandense ganz dahinter. Kommst du auf? Wo ist der Volk hier? So, Ladies and Gentlemen! Hey, hey, hey! Wo sind die Damen dahinter? Aber das wirst du gleich, denn wir Tandigate Nummer 1, Saskia! Ein Applaus nochmal für Saskia! Wieder ist er! Und er kriegt jetzt mal einen riesigen Applaus Unser Bräugier des Jahres! Jetzt geht's auf! Jetzt geht's auf! Ich fleiß' an euch! Sieht leider aus! Und ist nicht weiter! Der Schlimm! Feuert jetzt mal ein bisschen an den wir uns in den Bundesrepublik! Oh, was ist los? Was ist los? Das gibt's doch wohl nicht! Mein Gott, das ist der Volk hier! Und das ist der Volk hier! Und das ist der Volk hier! Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Da gibt's doch wohl nicht! Mein Gott, die sind aus Blasen und die Sturken. Heim, heim geht noch, heim geht noch heim. Die drei, die den meisten Applaus kriegen, die gehen eine Runde weiter und kommen ins Finale. Deswegen, ihr dürft jetzt alles geben auf dieser Bühne. Das war's, Baby! Heim, 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 heim. Das war's. I'm waiting to hell. I'm waiting to hell. I'm waiting to hell. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Und jetzt, Schöne, Marcel, gib mir noch mal ein liebster Ruhes Applaus, dass du schön gemacht hast. Dankeschön. Applaus 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 Eglis ist aufhör! Hier ist unser Platz für Warns! Vielen Dank.